Was soll der Solo-Fahrer eigentlich das Race to Cross America bestreiten? Heiner hat dann mit mir gemeinsam überlegt oder kam zu der Überlegung, wie wäre es denn, wenn wir jetzt nicht dich als Solo-Fahrer starten lassen, sondern wenn das Team, was dich eigentlich versorgt, versucht, die Strecke zu bewältigen als Achter-Team. Und das fand ich erstmal ziemlich bescheuert, weil ich mir gedacht habe, wie will man das in der kurzen Zeit eigentlich hinkriegen. Aber Heiner sagt immer, es muss einen Plan B geben, also niemals aufhören und so hat es letztendlich dann auch funktioniert.